Hallo Leute und willkommen zurück zu Android. Ja, letztes Mal haben wir einen Intent-Service hier kreiert, das war der hier. Das war quasi der Default-Intent-Service, ich habe euch einfach bloß erklärt, was das so alles ist. So, jetzt haben wir aber ein Problem, wenn wir hier irgendwelche Variablen zurückhaben wollen, über diesen Service. Das heißt, der Service hier tut einfach irgendwas, was hier unten in diesen Handle-Action-Dingern steht. Das Problem ist, wenn wir irgendwelche Variablen haben wollen, also wenn der irgendwas für uns berechnen soll, dann brauchen wir einen echten Service und keinen Intent-Service. Und das nennt sich auch einen Bound-Service oder einen gebundenen Service und den möchte ich jetzt mit euch eben schreiben. Ja, es ist ein bisschen komplizierter als den Intent-Service, aber ich bin zuversichtlich, dass ihr das alles hinkriegt. Also wir machen hier erstmal New und wir klicken daneben, bzw. ich klick daneben, gehen hier auf Service und machen hier einfach mal Finish und den Intent-Service können wir erstmal schließen. So, jetzt sehen wir schon, wir brauchen hier eigentlich, also diesen Konstruktor brauchen wir, das ist auch ganz gut so, da muss aber auch nicht wirklich was rein. So, und jetzt haben wir hier einen iBinder onBind, also ein iBinder wird zurückgeliefert in der Methode onBind. Und diese Methode müssen wir überschreiben. So, das ist jetzt natürlich ein Problem, weil wir haben keinen iBinder und deswegen schreiben wir uns hier mal einen iBinder, würde ich mal so behaupten. Macht Sinn. Und der kann ruhig feinlos sein. Dann, ja, wir sagen, iBinder, nennen wir ihn doch einfach Bindmich. Ähm, ja, und wir machen hier einen neuen, ähm, huch, nein, das will ich nicht auch, das ist echt nervig, wenn es das jedes Mal anzeigt. Ähm, wir machen hier einen iBinder draus. Und, ja, iBinder, das wirft jetzt natürlich ein Error, weil wir noch keine Klasse im iBinder haben. Und deswegen packen wir hier einfach mal noch eine Klasse unten drunter. Ihr wisst hoffentlich, dass Klassen in Klassen funktionieren. Ähm, das ist dann halt eine interne Klasse. Kann auch sogar private sein hier, ne. Dann kann man es von nirgendwo anders referenzieren und auch kein Objekt davon erstellen. Das heißt, es würde dann nur intern gehen, was aber nicht funktioniert, weil wir brauchen die Klassen noch außerhalb. Zeige ich euch nachher. Gut, und dann haben wir hier natürlich die Klasse myBinder. Muss irgendwie funktionieren. So, und, upsala, die extended jetzt eben von der Binder-Klasse. So, und die Binder-Klasse wiederum, ähm, muss ich importieren. So, perfekt. Also, alt, Enter drücken und sie wird automatisch importiert, wenn es so rot ist. Manchmal wird es auch komplett automatisch importiert. Okay, und das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir geben den Service zurück. In einer Methode, die nennt sich getService. Die muss so heißen. Ähm, ja. So, und das, was wir hier, upsala, das waren die falschen Klammern. Das, was wir hier drin machen, ist, wir liefern einfach nur unseren Service zurück. Das heißt, den myService, den wir kreiert haben, und den finden wir unter der Klasse, ähm, myService.this. So, so, mehr geben wir hier gar nicht zurück. Und mehr muss diese Klasse auch tatsächlich nicht können, außer diese eine Methode hier bereitstellen. So, damit haben wir unseren Binder. Und, ähm, ja, logischerweise geben wir dann hier in der onBind-Methode unseren Binder zurück. Nehm ich den bind mich am return, bind mich. So, und jetzt sind wir hier schon fast fertig. Jetzt zeige ich euch aber zunächst einmal, wie es hier in der, ähm, Java-Datei für, ähm, also nicht den Binder, sondern, ähm, die Activity, äh, aussieht. Ach, apropos, ähm, ich habe hier, ähm, nichts wirklich geändert. Das ist einfach aus dem letzten Beispiel das ganze Exemplar hier. Also, ein stinknormales Hello World. Ähm, letztes Mal konnten wir halt keine Daten oder sowas abrufen. So, hier brauchen wir jetzt noch ein paar Sachen. Ähm, ich kommentiere das hier mal aus, weil das brauchen wir nicht. Das war für den Intent-Service. Und, ja, wir brauchen hier in dieser Klasse erstmal einen Service. Und zwar einen myService, nicht irgendeinen, sondern den, den wir selber geschrieben haben. Nämlich der aus dieser Klasse. Also, logischerweise, macht ja irgendwie Sinn, oder? Gut, und, ähm, den nennen wir einfach serve.me. Und setzen den aber noch nicht. So, jetzt brauchen wir vielleicht am besten noch eine Variable, ähm, die uns sagt, ob wir gerade gebunden sind. Ich nenne sie meistens, oder man nennt sie meistens einfach isbound. Und am Anfang ist ja unsere Activity noch nicht irgendwie an den Service gebunden, sondern, ähm, am Anfang ist es einfach false. Genau. So, und ja, was wir jetzt hier drin machen, ähm, wo sind wir? OnCreate-Methode, hier. Ähm, wir wollen hier drin natürlich diesen Service aufrufen. In der OnCreate-Methode gleich. Denn wir wollen uns gleich mal an den Service verknüpfen. Also, wir sagen, wir verknüpfen gleich am Anfang diese Activity mit diesem Service, ähm, damit, ja, damit die zwei eben für immer miteinander verknüpft sind. Und diese Activity die ganze Zeit von dem Service hier irgendwelche Sachen abfragen kann. Okay. Ähm, übrigens, ein Service wird automatisch zerstört, wenn, ähm, die Activity ihn nicht mehr benötigt. Also, wenn sie sich selbst anbound hat, sozusagen. Ja. Ähm, also, zum irgendwelche Sachen extern aufrufen, brauchen wir wie immer einen Intent. Das kennen wir ja jetzt schon zu Genüge. Wir schreiben hier einfach Intent, äh, New Intent und sagen, This ist die Activity, die es aufruft und My Service, das wollen wir aufrufen. Wir brauchen hier noch Punkt Class und fertig. So. Ähm, das war der Intent. Und wir packen diesmal keine Extras oder sowas rein. Geht natürlich auch, aber das wollen wir nicht. Wir sagen hier einfach Bind Service und packen den Intent rein. Sagen hier, okay, wir brauchen eine Connection. Service Connection sehen wir ja hier. Nennt sich Con. Naja, gut, haben wir noch nicht. Müssen wir noch machen. Ähm, und hier sagen wir einfach Context, äh, Ignore Security. Hört sich gut an. Würde ich sofort wählen. Klar. Ignore Security. Warum nicht? Hört sich sehr sicher an. Ähm, ne, wir sagen Context.Bind, ähm, Bind Auto Create. Da ist es. War gerade irgendwie zu blind, das zu finden. So. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist hier eine Connection. Und diese Connection, die liefert uns folgendes. Ähm, nämlich diese Variable hier oben, die wir eigentlich serve.me genannt haben. So. Ähm, und ja, das Problem ist jetzt natürlich, dass wir es noch nicht irgendwie instanziiert, äh, halt was labere ich eigentlich, das ist da gar keine Connection, das ist der Service dazu. So. Ähm, das Problem ist jetzt natürlich, dass wir das hier noch nicht initialisiert haben und wir brauchen hierfür noch eine Connection. Okay. Was wir dafür machen, ist, wir sagen, wir kreieren uns dafür eine, ähm, neue, ähm, eine neue Variable, ähm, nämlich eine Service Connection. Service Connection, da. Ähm, und wir sehen, also das ist eigentlich keine Methode, das ist wirklich nur eine Variable, die wir hier zuweisen, also theoretisch könnt ihr die auch da oben hinschreiben. Das Problem ist, dass wir hier eine abstrakte Klasse, also intern ist es eine abstrakte Klasse, ähm, instanziieren. Das wird dann die CON. Und, ähm, ja, das Problem ist natürlich, wenn man eine abstrakte Klasse instanziiert, passiert das hier und man hat ein ziemlich, ziemlich viel Code. Hier hinten das Semikolon natürlich nicht vergessen. Man hat ziemlich viel Code, denn man muss hier noch ein paar Methoden überschreiben. Also das hier ist eigentlich bloß eine Variablenzuweisung, aber wir machen hier das Ganze aus einer abstrakten Klasse und eine abstrakte Klasse hat nicht alle Methoden implementiert und deswegen müssen wir das für die abstrakte Klasse tun. Und ja, deswegen gibt es hier ein bisschen Code, deswegen mache ich das ganz gerne da unten. Aber es ist im Prinzip nur eine Variablen-Deklaration und zwar eine Klassenvariable, ähm, wie hier boolean is bound oder auch myServiceServeMe. Ja, so, was wir jetzt hier drin sagen ist, ähm, also wir bekommen hier den Service als iBinder, bekommen wir geliefert in der Methode und hier haben wir natürlich auch noch den Komponentennamen, aber den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm, was wir mit diesem iBinder machen können ist folgendes. Wir sagen, wir haben ja einen Binder, nämlich hier drin haben wir einen Binder geschrieben, der hieß myBinder. So, und deswegen sagen wir hier einfach myBinder, myBinder, deswegen steht jetzt hier myService.myBinder, weil es eine interne Klasse ist. Also die Klasse myBinder liegt in der Klasse myService. Okay, also myService.myBinder, ähm, nennen wir es einfach, wir haben es drüben genannt, bindMe, dann nennen wir es hier bindMe, damit wir nicht durcheinander kommen. Und wir müssen das casten, denn der Service ist ja im Prinzip bloß ein iBinder und wir wissen ja, das hier ist eine Subklasse von iBinder. Ähm, ja, wir sagen hier einfach, okay, wir casten es zu einem myService.myBinder und zwar den Service. So, Semikolon. Und schon sind wir hier fertig. Gut, und dann sagen wir hier einfach, wir setzen unseren Service, also serveMe, serveMe, setzen wir gleich, ähm, diesen bindMe, äh, bindMe, Punkt, getService. Wer hätte es gedacht? Ähm, da kommt man relativ leicht durcheinander, dass hier eine Variable service heißt, aber eigentlich ist es gar kein Service, sondern bloß der Binder zu dem Service. Das heißt, man muss hier, ähm, den Service erst noch über den Binder, also die Service-Variable, die nennt sich Service, aber ist keiner, ähm, kann man getService drauf aufrufen. Ja, ähm, genau. Und jetzt kann man hier einfach sagen, ähm, wir sagen isBound gleich true, denn wir haben uns gerade da dran gebunden. Und das ist natürlich die Connected-Methode, wie ihr vielleicht schon gelesen habt. Also, man connectet hier auf den Service und hier disconnectet man da drauf. Ja, was wollen wir wohl in der Disconnected-Methode machen? Wir wollen sagen, isBound gleich false, mehr nicht. Und damit kann man dann zum Beispiel den Status intern hier abfragen, also in der onCreate oder irgendwelche Button-Klicks oder sowas, kann man überall den Status abfragen. Und, ja, und eben diese Bind-Service-Methode hier, die ruft automatisch intern diese Service-Connection auf und bindet diese Activity eben, diese Activity, also die Main-Activity über, ähm, also die Connection ist ja die Service-Connection hier. Und dann wird eben hier die Service-Connection aufgerufen, ähm, der Intent wird überliefert, wir starten die Klasse myService, ähm, binden hier, äh, also erstellen den Binder und binden hier genau das hier. Ähm, deswegen haben wir auch die getService-Methode hier gebraucht, die wir hier uns geschrieben haben, ähm, denn ansonsten hätten wir da nicht drauf zugreifen können auf diesen, diesen Binder. So, und jetzt können wir damit arbeiten. Das war sozusagen jetzt der ganze Mist, den wir hier machen mussten, ähm, jetzt können wir irgendwelche Sachen machen. Und jetzt können wir zum Beispiel den Service für uns irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen berechnen lassen, wie zum Beispiel, ähm, ich bin einfallslos, public void compute. ähm, nein, public int compute, ähm, und dann sagen wir hier return, ach Gott, return, ähm, keine Ahnung, zweimal zwei, was wir auch einfach drüben berechnen könnten, aber wir wissen jetzt, wozu die Dinger gut sind, und ich will euch ja noch zeigen, wie ihr dann irgendwelche Variablen abgreifen könnt von der Service-Klasse. Ähm, das konnten wir ja bei der anderen Klasse nicht machen. So, und hier sagen wir dann ganz einfach, okay, ähm, wir haben den Service, deswegen, ähm, ja, wir sagen, serve me, Punkt, und dann können wir hier eben auf diese Methode drauf zugreifen, und ich mach da draußen Toast, glaube ich, ähm, die Toasts sind einfach super. Toast.makeText.show, und diesmal hab ich's nicht vergessen. Ha, 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 so, ähm, wir casten das in Integer, also groß geschrieben Integer, von, äh, halt, das war gar nicht i, ähm, das war, ähm, serve me, Punkt, Compute, so, casten das in Integer, und, ich könnte wetten, er hat mir eine Klammer nicht gegeben, die ich eigentlich wollte, er hat mir eine Klammer nicht gegeben, die ich eigentlich wollte. So, Punkt, äh, ToString. Jetzt hab ich wahrscheinlich wieder eine Klammer zu viel. Nein, ich glaub, die Klammern stimmen so. Ähm, so, jetzt müssen wir hier vorne natürlich noch den Kontext angeben. Das wäre this, dann sagen wir hier, das ist der String, bis dahin, und die Dauer ist Toast.length.short. Gut. So, ähm, ja, also wir geben hier quasi einfach zweimal zwei aus, was der Service aber für uns berechnet hat, und, ja, der Service ist cool. Und deswegen starten wir das alles mal. Ups, ich hab ADB noch gar nicht gestartet. Ich pausier euch deswegen mal. Achso, und mir ist gerade noch aufgefallen, wir sind ja hier, ähm, in einer OnCreate-Methode, das wäre ein bisschen schwachsinnig, das schon hier zu machen, denn hier ist unser Service ja noch gar nicht kreiert, irgendwie. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir packen uns hier einfach mal, keine Ahnung, wir geben dem hier eine, ähm, eine OnClick-Methode, das heißt, wir können auf das Textfeld draufklicken, und sagen hier einfach, wie nennen wir sie, ähm, Show. Ja, Swo, genau. Show, meinte ich natürlich. Ähm, okay, das ist eine Public Void, Void, hab ich gesagt. Ähm, Nennt sich Show. Wir haben eine View. Und, ähm, Alt-Eingabe. Und, ja, hier machen wir dann das hier. Und, gut, das. So, der Service muss ja auch erstmal Gelegenheit bekommen, sich zu binden. Und der Service muss auch erstmal erstellt werden, und der wird aber in der OnCreate-Methode erstmal gebunden, und danach, äh, ja, können wir hier die Show-Methode aufrufen. Man muss erstmal hochgefahren werden, sozusagen. So, und ich hab das jetzt mal für euch gestartet. Ähm, es wäre langweilig, wenn ich da immer zugucken müsste. Und jetzt haben wir hier die OnClick-Methode hier drauf, und wir klicken hier drauf, und dann steht hier 4. Und das wurde eben von unserem Service berechnet, und nicht von uns. Das heißt, äh, merkt euch, der Service kann jetzt hier irgendwelche Berechnungen durchführen, und ihr könnt dann irgendwelche Werte drauf abfragen. Das konntet ihr bei dem anderen nicht, der konnte nur irgendwelche Sachen im Hintergrund machen. Dafür läuft der hier nicht in einem eigenen Thread. Achtung. Ähm, das Problem bei Threads, äh, bei nicht in eigenem Thread laufenden Services ist, das heißt, wenn ihr hier irgendwelche komplizierten Berechnungen drin habt, in diesem Service, dann kann es passieren, dass eure Activity free ist, wie wenn ihr das einfach ausgelagert hättet. Das heißt, ähm, ihr müsstet hier jetzt in der Compute-Methode vielleicht, äh, bevor ihr die Compute-Methode hier aufruft, vielleicht noch einen eigenen Thread für die Compute-Methode berechnen. Zum Beispiel, wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas richtig langes berechnet wird oder sowas. Dann braucht ihr dafür einen eigenen Thread, also hier drum einen neuen Thread machen, den starten, und, ähm, in dem Thread, in dem neuen Thread dann eben das hier ausgeben, wenn es so lange dauert, und dann kann eure App gleichzeitig noch weiterlaufen, ohne dass die Berechnung alles pausiert, und, ähm, eure App freest nicht. Gut, ähm, ähm, jetzt habe ich viel zu Threads gesagt, äh, falls ihr nicht wisst, was ein Thread ist, oder wie ihr Threads einsetzen könnt, dann schaut euch meine Multi-Threading-Videos an, die funktionieren ziemlich genau gleich. Alles klar, ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal, und bis dann, ciao, ciao!